Hallo meine Lieben und zwar habe ich ein neues Video für euch und zwar der Action Haul. Ja, ich habe hier so ein paar Pickels, weil ich habe jetzt gerade meine Erdbeerbüche, meine Haare. Da bitte achtet andere, ich habe heute mein Bambi Hemd an. Ja, den Action Haul habe ich für euch. Eine freudige Nachricht, wir haben heute ein Auto gekauft. Steht bei uns im Hof. Ich freue mich tierisch, weil jetzt muss ich keinen mehr fragen, der mich einkaufen fahren kann, irgendwelche Termine erledigen kann, wenn ich zum Arzt muss oder oder oder. Dieses permanente Fragen, Fragen über Fragen ist vorbei. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Jetzt sind wir nämlich wieder von allem unabhängig und können fahren, wie wir wollen. Genau, freut mich tierisch. Und ja, genau. Moment. So, jetzt wie gesagt zum Action Haul. Ich habe mal alles auf meinem Tisch getan hier, damit ich nochmal verräumen kann und auch benutzen kann. Zum Ersten haben wir hier mein geliebtes Spülmittel. Ja, Powerful Cleansing, Superfin, Lemon Duft sind ein Liter drin. Das ist mein liebstes Spülmittel. Und ja, all unseres ist nämlich leer. Deswegen, das brauchen wir jetzt nämlich auch. Genauso wie auch diese Mülltüten hier. Die lieben wir nämlich auch. 30 bis 35 Liter, 20 Stück. Und die sind 55 mal 65 Zentimeter groß. Genau, weil die brauchen wir nämlich auch jetzt langsam. Dann habe ich hier, das ist nur die Umverpackung, die habe ich nämlich auch da gekauft. Von Dumil, 30 Liter Medium. Sind 15 Stück drin mit Zugband. Und die sind mit Lavendelduft. Die haben wir aber schon in Benutzung. Deswegen zeige ich euch jetzt nur die Umverpackung. Aber das habe ich nämlich da auch gekauft. Und ich hatte ein Vierer, Vierer Dingens, Beefy gekauft. Aber die hatten wir ja schon da unterwegs gegessen gehabt. Genau. Und dann habe ich für 3,99 Euro rum, habe ich mir hier 100 Teelichter. Die haben eine Brenndauer von 4 Stunden, weil Teelichter brauche ich immer. Und deswegen kam auch dieser Beutel hier mit. Dann kam genauso wie auch dieser Honig mit. Der war für 2, Moment mal, ich muss mal gerade gucken. Ich habe nämlich noch die Zettel hier. Ich war nämlich in 2 Action Filialen drin. Äh, Moment. Nee, der war es, ne? Dann war es der andere hier. Der Honig hier war, glaube ich, für 2,15 Euro, irgendwie so. Den hatten wir schon mal. Der schmeckt sehr, sehr gut. Und ich esse den Honig sehr gerne auf Brot mit richtig dick Butter. Oder aber in meinem Tee mache ich den gerne rein. Tue den mit trinken. Ähm, ja. Bees. Flour Honig. Also Honig. Ähm. 350 Gramm. Dann kann man oben aufdrehen. Dann kann man den dann so dosieren. Dann dreht man wieder zu. Der ist sehr gut. Den kann ich euch empfehlen. Dann habe ich hier für meine Hunde. Und die waren für 1,69 Euro ungefähr. Ähm. Diese Sherry Sticks Pinky White Duck. Acht Stück. 80 Gramm. Kappen für meine Hunde die noch mit. Dann für 99 Cent für meine Jungs. Und aber auch für meine Snow White. Ähm. Die sind mit Vitamin A und D3. Mit Gemüse. Und noch einmal ein Kilo. Kostet 1,99 Euro. Den ihr Futter. Ein Kilo sind das. Genau. Dann hätten wir nämlich das schon mal weg. Genau. So. Ähm. Moment. Jetzt zeige ich euch erst einmal das hier. Das sind. Ähm. Das ist neu. Also für mich ist es neu im Action. Es ist aber auch neu. Äh. Und zwar Lily Rose. Also Lily Rose. Ähm. Und zwar sind das Nagelfeile. Die haben eine Griffung von 100 bis 180. Äh. Ah. Das ist dieser Dicke. Genau. Endpolishing. Und der andere hat 180. Genau. Das sind dann diese hier. Und der hier ist so ein bisschen. Seht ihr? Ein bisschen dicker. Und damit könnt ihr auch gut eure Fingernägel dann auch feilen. Und zurecht machen. Und hat mir gut gefallen. Deswegen dachte ich mir. Komm nimmst du einmal mit. Denn Nagelfeile braucht man immer. Normalerweise schwöre ich auf meine Glasnagelfeilen. Und äh. Weil die kannst du nämlich abwaschen. Und immer wieder verwenden. Bis auf wenn sie runterfallen. Dann äh. Können sie kaputt gehen. Gell? Ja. Die hier. Und wenn die hier mal aufgebraucht sind. Dann kommen die in den Müll. Wenn die uppe sind. Und dann kommen die weg. Und dann holt man sich einfach neue. Und die waren auch gar nicht teuer. Ich kann euch aber nachher mal die Preise nennen. Hinten drauf ist so. Ich glaube das gab es da auch verschiedene dort. Habe aber jetzt nur die da gesehen. Dann habe ich auch diesen neuer Body Massageroller gefunden. Der ist auch neu. Relaxing. Ja. Ist so ein Massageroller halt. Und den kann man halt für Arme und halt für Beine benutzen. Soll die Durchblutung anregen. Und und und. Joa ne. Probiere ich einfach mal aus. Kann ja nie schorden. Dann gab es. Habe ich mir nochmal hier 40 LED mitgenommen. 2 Meter mit Judischstrick. Und zwar brauche ich das hier für in mein Pampasgras. In die Flasche unten rein zu tun. Für mein Schminkzimmer. Weil ich habe euch ja in meinem Haul und Shorts. In meinem Haul. In meinen Videos. Und auch in meinen Shorts. Habe ich euch ja die Tischdecke vom Wohnzimmer. Und auch von der Küche gezeigt. Und in diesem Glas. Wo das pinke Pampasgras drin ist. Da möchte ich dann gerne das hier dann reintun. Diesen LED Band. Diesen Judischstrick hier. Und ich habe dasselbe auch in meinem Schminkzimmer stehen. Und da möchte ich gerne auch eins drin haben. Deswegen kam das auch einmal mit. Dann habe ich mir 1, 2, 3, ich meine 4 oder 5 Mal. Ich meine ich müsste noch einen in der Handtasche haben. Habe ich mir geholt. Habe ich euch ja gesagt. Dass ich mir die holen werde. Das sind ja diese Lip Balm. Coffee is life. Richtig süß. Sind 4,5 Gramm wie gesagt drin. Dann macht ihr das einfach ab. Dann könnt ihr es unten auf. Also unten hoch drehen. Ich zeige euch mal wie viel Produkt wirklich drin ist. 4,5 Gramm. So viel ist es. Und lässt sich auch leicht wieder runterschieben. Und das riecht nach Vanille. Richtig nach so nach Vanille, Schokolade, Kaffee. Aber eher nach Vanille. Und die ist so. So reichhaltig. Und wenn ihr die drauf habt. Das ist wie so eine richtige Butter. So eine Butterpflege. Die ist so unglaublich gut. Und die riecht nach Vanille. Und ich liebe die. Und der hier bleibt wie gesagt hier oben. Damit ich hier oben einen habe. Einen tue ich jetzt in meine Handtasche für unterwegs. Und einen lasse ich dann halt unten in meinem Schminkzimmer. Und die anderen beiden tue ich mal auf Reserve weg. Aber wenn ich jetzt nächste Woche wie gesagt definitiv nochmal in Action komme. Gucke ich mal, ob die noch welche haben. Und dann werde ich mir nochmal zwei, drei holen. Genau. So. Das war zu dem. Habe ich mir jetzt wie gesagt viermal oder fünfmal geholt. Habe ich unten noch eins. Genau. Dann. Dann, dann, dann. Gab es hier. Für mich sind die auch neu. Das sind schöne Karten. Das sind so Shaker-Karten. Seht ihr? Da ist nämlich Klitter drin. Das sind so Shaker-Karten. Mit Klitter, Flitter. Umschlag kann man ja immer benutzen. Und ich möchte aber das hier. Das ist so auf Schaumstoff 3D gemacht. Möchte ich diesen Cover hier vorne. Von der Karte abtrennen. Und dann möchte ich das hier vorne. Möchte ich auf ein Journal. Auf irgendein Buch von mir machen. Möchte ich den Cover. Möchte ich den Cover. Oder aber in eine Seite rein arbeiten. Das finde ich nämlich sehr, sehr, sehr schön. Und ich stehe auch auf Cupcakes. Auch wenn ich jetzt nicht immer Cupcakes esse. Muss nicht sein. Aber ich stehe auf Cupcakes. Weil die ultra süß aussehen. Dann habe ich auch diese Shaker-Karte hier geholt. Da sind so Blümchen drin. Genau. Das sind auch so Shakeys. Und das sind so schöne Blumen und Schmetterlinge. Und hat mir so gut gefallen. Das hier klitzert richtig schön. Genau. Da kamen auch die mit. Die waren auch nur für ein paar Cent gewesen. Ja, dann habe ich schon halt für meine Wunde hier. Wo ich auch jetzt im Moment keine mehr brauche. Weil ich das offen lasse. Habe ich für 1,49. Da sind sie im Stück drin. Aber es sind zwei. Ja, so welch in der Größe wie vom Rossmann. Und vier. Und der Rest ist alles nur von diesen ganz kleinen. Ich habe gemeint, das wären die ganz großen. Aber das sind sie nicht. Aber die kann man ja immer gebrauchen. Von daher ist das kein Fehlkauf. So. Dann gab es neueste Washi-Tape. Washi-Washi-Tape. Von AVEC. Washi-Tape. 7 x 3 Milliliter. Milliliter. 7 x 3 Meter. Ich packe es jetzt nicht aus. Weil ihr seht es ja hier so. Das sind diese Muster mit Streifen. Dann mit so einer Rosenranke. Mit Punkten. Feilen. Genau. Das ist das Washi-Tape. Was mir jetzt gut gefallen hat. In schmal. Genau. In schmal. Na. Irgendwie will das hier oben jetzt nicht so zu bleiben. Na ja. Dann habe ich mir neue Stickers geholt. Die waren auch nur für ein paar Cent in der Kinderabteilung. Und zwar sind die so dick erhaben. Und dann mit. Einhörner. Cupcakes. Regenbögen. Ich liebe so. Ich liebe so ein Kitsch. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Dann habe ich mir auch dieses Buch geholt. Das habe ich das allererste Mal in einem Wochenangebot gesehen. Und da kam ich aber nicht hin. Und dann habe ich mir es aber jetzt mitgenommen. Tada. Bambi. Und die zwei hier sind von Cup und Kappa. Genau. Simba und Dumbo. Hinten sind die Kätzchen von Aristocats. Marie. Toulouse. Und Bärliot. Genau. Und dann ist hier innen drin so schön mit Glitzer. Seht ihr das? So richtig schön. Die kann man auch schön ausmalen. Und dann könnte man das zum Beispiel auch raus trennen. Ausschneiden. Und auch als Disney Journal. Als Cover da irgendwie holen. Oder mit in die Seite einarbeiten. Oder, oder, oder. Da sind keine Grenzen gesetzt. Dann haben wir hier Captain Baloo. Und die Neutäune Crew. Dann haben wir hier Peter Pan. Susi von Susi und Strolch. Richtig nice. Dann hier 101 Dalmantine. Die sind irgendwie alle da so in Grün und klitzern so richtig schön. Hat mir gut gefallen. Deswegen kam das nicht. Dann haben wir hier einmal Simba von König der Löwen. Dann haben wir hier die wunderschöne Marie. Dann haben wir hier den Dumbo. Dann, wen haben wir denn noch? Dann haben wir hier Strolch. Dann Pinocchio. Pinocchio. Dann haben wir hier Tinkerbell. Wunderschöne, hoppala. Wunderschöne Tinkerbell. Dann haben wir hier gelbe Hose. Mokeli, gell? Also ich mal ihm auf jeden Fall die Hose gelb und nicht rot. Mit dem Elefanten. Gelbe Hose Mokeli. Dann haben wir hier... Ich meine, das ist auch Kappa, oder? Müsste Kappa sein. Dann haben wir hier den schönen Klopfer. Dann haben wir hier die Katzen von, ähm... Ach, da komme ich nicht drauf. Ihr wisst schon. Oh, wirst du Kets. Genau. Hinten ist dann so. Kam einmal dieses wunderschöne Buch hier mit. Dann machen wir hier mal gerade weiter. Dann habe ich mir hier zwei Bilderrahmen geholt. Hoppala. Eines war kehrt rum. Zwei Bilderrahmen geholt. Das sind dieselben. Die waren für 99 Cent. Die kann man aufhängen. Die kann man aber auch hinstellen. Die wollte ich jetzt holen für meine Disney-Puzzle. Die kleinen, die ich in meinem Schlaf... Ach, in meinem Schlafzimmer. Schon in meinem Schminkzimmer habe. Die kommen da schön rein. Mit einem richtig schönen, klitzernden Hintergrund. Da habe ich mir so einen Block geholt. Das sind so klitzernde Hintergründe. Und das kommt dann hier hinten mit rein. Und dann kommt das Puzzle drauf. Und dann werden die in meinem Zimmer entweder hingestellt oder aufgehangen. Das weiß ich noch nicht. Und das hier war in der Kinderabteilung dieser Klitter-Kartboard. Ist A4, 10 Sheets, 10 Kolos. Einmal hier so. Oh, guck mal hier. Wie der klitzert der und funkelt und strahlt. Und das hat eine richtige dicke Grammatur. Ich muss mal gerade selber gucken. Die Grammaturzahl steht hier, glaube ich, gar nicht drauf. Nö. Klitter-Kartboard steht hier nur. Also Klitter-Karton. Also ich schätze mal so 100er Grammatur wird das dann halt eben sein. Und dann guck mal hier. Oh, richtig geil. Nice. Und dann hier in so einem, fast so einem gelb-orange. Dann haben wir hier Orange. In einem kräftigen Grün. Hellgrün. Dann haben wir hier so einen Blau-Petrol. Dann nochmal das hier. Da sind sehr viele verschiedene Farben drin. Dann haben wir einmal in Blau. Dann haben wir hier in Rot. Und in Schwarz. Genau. Ja, und davon werde ich mir dann welche rausholen. Und dann in den Bilderrahmen hier mit reintun. Und dann kommen die Puzzles schön da rein. Kann ich euch aber auch eine Short abdrehen von. Dann zeige ich euch das. So, dann habe ich mir Glöcke geholt. Die waren, glaube ich, für 95, 75 Cent. Irgendwie so in dem Dreh. Da habe ich mir zweimal diesen geholt. Ist von Craft Sensation. Der ist geglittert. Also mit Glitzer. So sieht der einmal von außen aus. Richtig schön ist neu. Da ist der Rahmen hier mit Glitzer. Ja, nur der Rahmen. Richtig schön so Junk Journal. Für Junk Journal zu machen. So in einem Vintage-mäßigen. Hier ist dann wieder ohne diesen Glitter halt. Hoppala. Bin ich jetzt zu schnell. Da sind dann immer einmal mit Glitter und zweimal normal drin. Hier ist der Rahmen mit Glitter und die Schrift. Ja, dann einmal, wie gesagt, zweimal dann ohne. Dann haben wir einmal das Schöne hier mit dem Glitter an der Blume. Dann haben wir das Ganze auch ohne. Also zweimal dann ohne. Dann haben wir einmal hier die schöne Schrift hier mit Glitzer. Dann wieder mit dem Glitter. Dann wieder mit dem Glitter. Dann haben wir hier einmal mit. Bei der Rose dann. Dann zweimal ohne. Hier ist der Rahmen und die Schrift wieder. Hoppala. Hier ist dann wieder ohne. Hier haben wir dann so. So. Ist dann bei der Rose das Glitter. Dann wieder ohne. 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 Also manche sehen mit schön aus und manche halt auch ohne, gell. Hier ist dann auch der Glitter an der Schrift so und dann hier zweimal ohne. 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 Hier haben wir auch Glitzer aber nur an der Schrift. Ohne. 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 Genau. Den habe ich mir zweimal geholt. Und dann habe ich endlich nach langen, langen, langen Suchen fast über einem Jahr habe ich endlich diesen Design Pad, das ist auch geglittert von Craft Sensation. Sind 15x15 cm, 30 Sheets, 3x10 Designs, hat eine Grammatur von 100 Gramm das Papier. Habe ich endlich diesen rosanen Mädchenblock bekommen. Den habe ich mir auch zweimal geholt. Habe ich den endlich bekommen. Weil dieses Mädchen und den Eiffelturm mit dem Fahrrad und das Hühnchen habe ich auch in einem meiner Planer, den ich beim Action gekauft habe. Aber die sehen so ultra schön aus. Hier ist das Glitter. So, 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 so schön. Hier ist dann auch wieder ohne den Glitter. Ist dann zweimal drin ohne. Dann haben wir hier einmal gepunktet, aber mit Glitter. Hier haben wir dann einfach nur so. Zweimal. Hier haben wir dann kleine Herzchen, die sind beglittert. Dann haben wir die Herzen ohne den Glitter. Also zweimal sind die drin. Dann haben wir hier einmal. Oh, seht ihr diesen Glitzer? Richtig schön. Und für in einen Junk-Journal, Bullet-Journal oder in irgendeinem Kalender rein zu machen. Oder, oder, oder. Richtig schön. Dann haben wir hier das Mädel mit dem Fahrrad. Da ist der Rock hier mit Glitzer. Ich finde das so ultra schön. Hier ist dann wieder ohne. Also zweimal ohne. Hier haben wir dann nur die Schrift mit Glitzer. Hier ist dann gar nichts. Dann haben wir hier einmal mit Kreise und Glitzer. Dann wieder ohne. Dann haben wir hier wieder das schöne Glitzer. Also richtig schön. Also Action haut richtige schöne Klopper raus. Also richtige schöne Sachen. Ultraschön. Dann haben wir hier wieder eine Lady. In Paris. Die ist der Eiffelturm. Ich liebe ihn ja. Ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr mit meinem Mann nach Paris. Definitiv steht auf unserer Wunschliste. Mit dem Hündchen. Richtig schön. Das ist glaube ich auch ein Pudel. Genau. Da hat die Dame ihr Mantel mit Glitzer. Hier ist er ohne. Hier haben wir wieder mit Rosen. Die Schrift mit Glitzer. Hoppala. Und dann haben wir hier auch zweimal ohne diese Glitzer Schrift. Und diesem Block bin ich hinterhergejagt. Also Unmengen. Also ich bin froh, dass ich ihn jetzt bekommen habe. Ich habe dann irgendwann aufgehört nach diesem Block zu suchen. Und jetzt kam er bei uns rein. Manchmal, wenn man irgendwie was Neues sieht, soll man gar nicht so großartig hinterherjagen. Wenn man es kriegt, ist es gut. Und wenn man es nicht bekommt, dann ist es halt eben so. Und irgendwann sind die Sachen spontan im Laden und dann kriegst du sie so. Dann ist auch, glaube ich, ist noch im Angebot oder war im Angebot. Für 3,50 Euro. Irgendwie so. Es gab verschiedene Varianten. Mir gefallen nur zwei. Und ich werde mir das andere in Lila auch noch holen. Und zwar ist es so ein Perlen-Set in Schmetterling-Form. Also wenn das dann komplett leer ist, werde ich das dann holen für meine Diming-Pending-Aufbewahrung. Für die kleinen Sachen dann. Ja, und hier habe ich dann so diese Perlen sind hier drin. Und hier sind dann mit Blumen und so. Und hier sind auch noch mal so welche funkelnde. Also richtig schön. Ja, habe ich mir das mitgenommen. Und das nehme ich mir auch noch in Lila. Das wollte ich mir auf jeden Fall nächste Woche holen. Ja, dann gebe ich dort hier. Es kommt auch irgendwie neu. Das kommt irgendwie Stressabbau oder 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 sein. Das ist eigentlich für Kinder. Ich zeige euch mal die Umverpackung so. Wir machen das Ding jetzt mal auf. Haben wir hier eine Schere? Ja, ich habe hier eine Schere. Dann schneiden wir das Ganze mal um. Der stinkt aber nach Chemie. Alter, Walter. Ja, so sieht der aus. der kleine mopsi und dann kann man da dran rumkneten machen tun keine ahnung braucht man eigentlich nicht aber ich weiß schon wo der hier hinkommt der werden wir bei uns ins auto setzen vorne hin so da haben wir so einen kleinen fach dann jetzt dann werden wir den reinsetzen vielleicht bringt er ja glück keine ahnung keine ahnung aber eigentlich normalerweise braucht man das nicht ich hatte aber nur so interessiert und deswegen dington ganz enorm werde ich auf jeden fall bei uns ins auto oder so hinsetzen ich werde damit ganz ein bisschen drum kneten oder rumspielen hat mich einfach nur interessiert so dann gab es auch das hier face und body highlighter der ist auch neu von max and more dieses schöne schätzchen sind 14,5 gramm drin ich schneide den mal auf ja ich habe mir gestern abend ein amazon konto gemacht ich habe euch ja ich meine in meinem letzten video oder so da habe ich euch mal ein paar sachen verlinkt gehabt die mich so interessieren ich auch meine wunschliste da habe ich konnte die genaue wunschliste jetzt irgendwie nicht in die infobox rein setzen da muss ich noch mal gucken aber ich habe euch noch ein paar sachen verlinkt vielleicht interessieren die euch oder so dann habe ich in eins meiner videos habe ich auch die parkstation adresse von mir reingemacht die werde ich aber auch unter dieses video machen diese parkstation adresse sind für firmen die mir was zukommen lassen wollen zum testen oder aber wenn ihr liebe abonnentinnen oder abonnentinnen mir was zukommen lassen wollen und wollte mir eine freude machen wie eine postkarte oder kleinigkeiten oder 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 ist kein muss aber wenn ihr das machen wollt könnt ihr es gerne tun da freue ich mich riesig drüber und dann werde ich dann eine neue reihe aufmachen und zuschauer post videos dann drehen wenn ihr das mögt so ne genau also die ist dann in der infobox verlinkt könnt ihr mal reinschauen highlighter und klo bei max and more sieht ja schon mal richtig hübsch aus gell richtig nice hinten hat ist so einem schönen gold rosé gold richtig hübsch richtig hübsch der riecht auch gut und so sieht der aus der hat ein funkel die funkel die funkel richtig schön dem können wir in 1 meiner schmink ist ausprobieren genau dann gab es ja noch neue blöcke darüber habe ich mir den hier geholt ist auch zwei mal von krefts universe paper pad wait full voll also ist foliert der hat 80 sheets und hat eine grammatur von 250 gramm das papier ich meine war für ein euro fahrzeug stil wesen dann habe ich mit zweimal genommen weil er mir so unglaublich gut gefallen hat sowas von schön ja guck mal richtig schön und das sind auch so meine farben geld richtig schön die sind dann immer dreimal viermal so dann haben wir hier auch mit sternen richtig schön könnte man schon meinen als wären also so stern zeichen gel wie am himmelsbild viermal ja dann einmal hier so vor allen dingen freut es mich dass wir heute ein auto gekauft haben mir ist so ein stein vom herzen gefallen unglaublich was mit einem machen kann bewirken kann wenn man nicht so also unabhängig ist und jetzt sind wir gott sei dank wieder unabhängig als ist zwar eine kleine reparatur dran zu machen und zwar sind das ja diese dichtungsdings bumst irgendwie stungsdings da bestelle ich heute abend damit es nächste woche kommt dann kann das mein mann reparieren und dann auto nächste woche anmelden ich mache aber online einen termin und dann wird das angemeldet und endlich wieder ein auto und dieses ständige fragen hättest du zeit kannst du mal mich mal dahin fahren oder mal zum kaufen fahren zum arzt hinfahren ich habe den termin auf den termin endlich vorbei endlich vorbei ja einmal so oder mit dem bus fahren war zwar spannend und schön mal aber mit dem auto ist schon was ganz anderes dann einmal so und jeder der ein eigenes auto hat der weiß wie das ist das gefühl ein eigenes auto zu zu besitzen wieder dann einmal so genau dann einmal so ja wie gesagt in unserem umfeld also mein nach unseren nachbarn so und auch die firmen liefern meine mann hat sich riesig gefreut ob wir wieder unabhängig sind kein mehr fragen müssen und so ja einmal so er sind immer vier stück aber richtig hübsch richtig hübsch oh mein gott ja wie gesagt gestern abend habe ich mir amazon konto gemacht dann habe ich mir gestern abend was bestellt was ich unbedingt haben wollte ich bestelle mir auch neue handy hüllen mit lilo und stitch da wollte ich habe ich schon in meinen wagenkorb getan hat mir gut gefallen für mein handy und lilo und stitch ist ja eins der weltweit meist verkaufsten disney figuren und deswegen wollte ich mir lilo und stitch als handy hülle bestellen bei amazon das mache ich nachher noch dann kommen demnächst amazon amazon hall bei temo habe ich ja am freitag was bestellt das wurde gestern versendet da habe ich schon bescheid bekommen das müsste nächste woche ankommen und bei shein wollte ich mal gucken da wollte ich mir auch noch etwas bestellen was mir gut gefallen hat und ja genau einmal so das sieht so richtig schön aus und mit diesem papier kann man so viel machen ich benutze diese papiere hier ja auch sehr sehr viel für meine geldplaner wie nennt man die jetzt noch ich komme es nicht darauf ihr wisst schon was ich meine wo man seine ganzen finanzen und das geld alles da tracken kann und keine ahnung was und dafür brauche ich die hier für diese tütschen da für die hintergründe genau so dann habe ich mir den blog geholt ist auch von krafts universe paper pad weight holographisch also ist mit hologram 20 sheets 5 sheets edge design so unglaublich schön so unglaublich schön und hat auch eine grammatur was für eine grammatur hast du denn steht hier gar nicht steht halt nicht auf jedem blog steht halt nicht auf jedem blog okay die erste seite ist so und die ist dann halt gepunktet mit herzchen richtig schön hier mit 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 sternen und blumen und ich stehe da drauf ich stehe da drauf das gefällt mir so richtig gut richtig geil guck mal wieder ein spiegel das sieht so schön aus und hat hier ist sowieso meine lieblings habe in diesem kräftigen pink rosa mein gott richtig schön guck mal nice geht da ist richtig geil ja dann einmal so und einmal so und dann wieder mit herzchen und dann so ist immer dasselbe holographische aber andere hintergründe und andere farben dann hier haben wir herzchen und in weiß dann haben wir hier die so so art konfetti mäßig dann haben wir das hier so und das war dann der blog hier richtig schön so dann gab es neue Impostingsticker und die kosten statt 95 cent jetzt 75 cent von deko time und da gab es einmal diese variante das hier werde ich natürlich immer ausschneiden oder stanzen genau da haben wir einmal diese hier die sind so richtig schön ich sammle die und ich verwende die aber auch in meinen bullet journals in meinen junk journals in meine kalender und sammle die halt eben auch deswegen sind noch manche zweimal dabei dann haben wir einmal mit dem süßen eischöntchen guckt euch doch mal dieses an auch mein gott ist das schön guck mal richtig schön und richtig so dick erhaben das habe ich mir zweimal geholt da kam zweimal mit dann habe ich einmal mit dem süßen teddy bären auch richtig schön richtig schön das habe ich nur einmal mitgenommen das hier kam zweimal mit ist mit dem schönen vogel in dem vogelhäuschen guckt mal hier mit rosen oh mein gott hier schon wieder mehr vintage richtig schön das kam auch zweimal mit natürlich da gibt es noch ein paar andere neue da bin ich noch auf der auf der jagd falls ihr bei euch im action irgendwelche neuen seht könnt ihr mir gerne ein foto per e mail schicken und dann kann ich dann euch sagen ob die neu sind oder nicht und wenn der ein oder andere so lieb ist und mir die besorgt und die an meine packstationsadresse schickt ich bezahle die natürlich dann auch gell aber ihr müsst mir natürlich erstmal bilder schicken ob es die sind die ich dann auch suche aber ich habe von denen jetzt keine keine bilder um die euch jetzt hier so zu zeigen so und dann sind wir auch glaube ich schon beim letzten hier angelangt und zwar ist das ein neues timing painting aber da suche ich noch ein anderes weil es gibt nämlich noch eins und da sind noch zwei andere die mir gefallen hat war einmal glaube ich mit einer krake und noch ein anderer da muss ich nochmal nachgucken und zwar sind die hier auch ganz neu diesmal ist hier auch ein ständer dabei wo man das ganze dann drauf stellen muss kann ne ich denke mir das ist auf so einer karte dieses mal wenn das gepaintet ist mache ich euch davon natürlich sehr wasch sehr 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 genau eine short machen wir das mal auf holen wir mal alles raus ja das auf dem dicken pappkarton ich habe mir das schon gedacht aber finde ich richtig schön okay aber hier bei dem fehlt das toolkit das finde ich nicht so cool hier fehlt das toolkit wenn ich jetzt eine neue anfängerin wäre und wäre auf dieses toolkit was hier drin ist angewiesen könnte ich das zum beispiel gar nicht painten mit seiten ne man muss sich anders da weiterhelfen aber ich bin nicht darauf angewiesen deswegen ist das überhaupt nicht schlimm dass es nicht drin ist weil ich habe von denen sand und nöcher dann ist der ständer den kann man dann in der mitte zusammenfalten der ist schon vorgeprägt hier den tut man dann falten und dann kann man das dann drauf stellen ja das auf dem dicken pappkarton ja genau ist auf einem dicken pappkarton richtig schön werde ich auf jeden fall painten und dann werde ich euch dann auf jeden fall in einer short zeigen ja es sind vier eckgesteine und wir haben insgesamt momente mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf farben das einmal in weiß dann haben wir hier so ein beige ein grün noch ein grün dann so ein rosa ein pink ein lila so ein blau petrol ein babyblau dann nochmal so ein mintgrün ein etwas ja das ist ein gelbes und das hier ist so ich würde sagen so ein eierdotter gelb genau eierdotter gelb so lele das ist das Bild hier das werde ich dann painten und euch in einer short zeigen so in dem einem action habe ich 7,92 Euro bezahlt und in dem anderen habe ich 47,76 Euro bezahlt können wir ja mal gerade durch genau mein akku blinken muss mich ein bisschen beeilen die teelichter waren für 3,99 Euro maximo dieser highlighter hier war für 1,99 Euro der blütenhonig war für 2,19 Euro Natur Basisfutter ah ne das Futter war für 1,29 Euro vom action superfint Spülmittel war 1,14 Euro dann haben wir hier zitrone konzentrat rinzend lip balm sind für 99 Cent dann habe ich die beefies für 1,49 Euro geholt gell vier das verband hier diese 1,49 Euro dann haben wir hier was haben wir hier sieben stück sterile 99 Cent was war das ach die knabberstäbchen für meinen ähm für die jungs die knabberstangen und für die snow white äh stritt stritt achso dieses tierchen hier dieser hund war für 9,99 Cent dann haben wir just schnur led band war für 1,59 Euro die hundesticks für meine hunde waren für 1,69 Euro das diamant painting war für 99 Cent die stickers waren für 55 Cent das schmetterlings äh die perlen waren für 3,99 Euro äh domil zugband war für 1,59 Euro das disney book für 95 Cent design block 4 x 16 war für 1,19 Euro habe ich ja zweimal äh mix und match design block war auch für 4,90 Cent habe ich auch zweimal dann nochmal 4,90 Cent zweimal sind die kleinen die 15 x 15 blöcke so dann haben wir hier konfetti glück wunsch achso die karten waren zweimal 84 Cent washi tape für 69 Cent vor die großen müllbeutel für 1,18 Euro spektrum sprüh also die sprühfarbe für meinen mann äh die kann ich euch nicht zeigen hat er schon in anwendung 400 ml war in schwarz war für 3,79 Euro die spraydose äh relief stickerbogen zwei stück glitter 75 Cent stickerbogen 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 genau da hatte ich war alles 75 Cent das waren die das waren die lögen hier die kosten jetzt keine 95 Cent mehr sondern 75 Cent finde ich gut dass die günstiger geworden sind muss ich ganz ehrlich sagen ähm ja dann sind wir bei 47,76 Euro und bei dem anderen hier der körpermassageroller war für 1,29 Euro die äh nagelfeilen war für 69 Cent die bilderrahmen waren für 99 Cent dieser klitterbastelkarton war für 99 Cent in der Kinderabteilung äh friends und lipbalm war für 99 Cent genau weil in dem anderen habe ich nämlich nur eins bekommen und in dem anderen habe ich 3 geholt gehabt genau also habe ich nur 4 Stück geholt genau und da kamen wir auf 7,92 Euro genau jetzt werde ich hier alles wie gesagt verräumen und ähm genau ich werde euch alles dann wie gesagt unten in die Infobox wieder reinschreiben meine Packstation Adresse wie gesagt ähm ich meine in eins äh nicht in den letzten ich meine in den zwei vorherigen Videos müsst ihr meine Infobox gucken da habe ich euch so ein paar Links reingeknallt von Amazon von Sachen die mich interessieren die aber euch auch interessieren können für ein Geburtstagsgeschenk oder 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 ich gehe hier wieder jetzt im nächsten Jahr wieder Geburtstage an Ostern steht wieder an Ostern ist nächstes Jahr auch früher ähm genau also mein Geburtstag ist dieses Mal nach Karneval weil Karneval also Aschermittwoch ist nächstes Jahr genau auf Wallendienstag der 14. Februar genau und ähm am 16. hat mein älster Bruder und mein Onkel Geburtstag und am 21. habe ich Geburtstag ja und am 29. wäre normalerweise meine Oma aber die ist ja leider schon tot ähm wir haben nächstes Jahr auch wieder ein Schaltjahr genau so schreibe ich euch unten rein die Packstation und so die Sachen verlinke ich jetzt erstmal nicht mit aber da könnt ihr ja mal in das andere Video reinhüpfen da könnt ihr ja mal in die Infobox nachgucken könnt ihr mal stöbern ähm genau meine E-Mail Adresse und alles ist wie gewohnt in der Infobox dann und auch die Packstation Adresse steht jetzt unten dann auch drin und ähm jo genau so dann würde ich sagen wenn euch mein Video gefallen hat würde ich mich mehr über ein Däumchen freuen vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren die Glocke zu aktivieren dann verpasst ihr auch keins meiner Videos und dann würde ich sagen passt gut auf euch auf denn das mache ich auch bleibt gesund und bis dahin tschaui kakaoi aber ich habe gerade was vergessen weil ich mich gerade gesehen habe ich habe euch ja versprochen im Action-Hall die Pinsel von der Tasche zu zeigen das habe ich im DM gekauft für 10 Euro paar zerquetschte das war ja dieser Umkarton der da drum war so sieht ihr das hier aus das ist mit Rosé Gold ist von Revolution und da waren da waren zwei Pinsel drin also die Make-Up Tasche ist sehr sehr groß also ich werde die auf jeden Fall bei mir in die Handtasche rein knallen das hier hat so einen Schutz drum das könnt ihr holen als Puderpinsel so sieht der aus das hier könnt ihr nehmen als Concealerpinsel oder zum Verblenden finde ich richtig genial dass das so zwei Seiten hat und da war noch so ein dünner Trim den hier könnt ihr nehmen zum Lidschatten auftragen oder zum Verblenden und hier unten den Dünn könnt ihr holen für unter die Wasserlinie oder für oben also die beiden Pinsel hier waren noch drin gewesen richtig richtig schön richtig nice hat mir gut gefallen gefällt mir gut na Mariechen ich bin jetzt fertig so machen wir den Schutz wieder drum die Pinsel werden eh erstmal gewaschen bevor die in Benutzung kommen aber das habe ich euch ja versprochen deswegen zeige ich euch gerade noch so jetzt aber falls ja ne es kommt ja kein Video jetzt mehr online es ist ja jetzt das letzte Video für 2023 ich wünsche euch allen von ganzem ganzem Herzen einen guten Rutsch in 2024 was ja in ein paar Stunden sein wird feiert schön euren Lieben mit euren Freunden mit eurer Familie mit wie auch immer und rutscht nicht zu tief sagt man ja immer so schön rutscht nicht zu tief feiert schön wie gesagt und dann werden wir uns im neuen Jahr wiedersehen auf jeden Fall im neuen Jahr wiedersehen und ich freue mich euch in den Kommentaren zu hören zu lesen wie auch immer und ich bedanke mich bei euch allen dass ihr mich so riesig unterstützt habt 2023 das bedeutet mir so so viel und ja ich kann nur sagen danke 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 bevor ich hier die Tränchen marschieren werde ich sagen bis 2024 da sehen wir uns definitiv wieder Tschaui